Hallo und herzlich willkommen zurück zur South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Wir befinden uns mit unserem Korrektor, dem Neuling, immer noch in diesem Gebäude hier. Und hier wollten wir uns erstmal hier umgucken, was wir überhaupt machen können und machen tun und machen wollen. Ich bin jetzt schon ein paar Tage raus aus dem Spiel, so wie sie sehen. Ich habe es ein paar Tage lang nicht mehr gespielt. Ich kann gar nicht genau sagen, wie lange jetzt so ungefähr, aber es sind... Oh. Über eine Woche. Ups. Ich hatte auf jeden Fall ein bisschen Material aufgenommen gehabt. Deswegen über eine Woche jetzt. Dafür konnte ich halt andere Sachen aufnehmen. Deswegen muss ich mal eben ganz kurz wieder ein bisschen reinkommen. Ich muss mal ganz kurz gucken, was haben wir nochmal für Missionen. Missionsliste anzeigen. Ich glaube, die gelben, die waren die Hauptmissionen. Die da oben sind noch zu stark. Okay, ich finde heraus, wer Rennys Wagen zerkratzt hat und die Yahui-Projekte, also die komischen Poster finden. Ich würde sagen, wir müssen die Hauptquests sogar machen. Wir müssen bis dahinten hindurch kommen. Zum Moskito im Honigtopf. Alles klar. Ich weiß gar nicht mehr, was man hier halt machen konnte. Konnte man Sachen aufmachen? Man konnte furzen. Man konnte ordentlich furzen. Man konnte ein bisschen pupsen. Man konnte hauen. Stimmt, man hat ja seine Sicht noch gehabt. Das ist die Karte. Damit kriegen wir die Kamera auf für Selfies. Damit können wir pupsen. Können wir hauen. Okay, die anderen Sachen haben irgendwie nichts zu tun. Gut. Was kann man denn mitnehmen? Was haben wir denn gefunden? Verbessertes Gegengift. Oh, ist ja schön. Haben wir bis jetzt noch nicht wirklich großartig genutzt. Können wir hier rein? Oh, sieht das Ding eigentlich aus. Was ist das denn hier? Iiii. Wien kommt der nicht hier hin? Oh, was? Wo kann ich denn hier rumlaufen? Hm? Was ist denn hier für ein Loch drin? Kann ich denn mal was mitmachen? Nö. Da komme ich nicht lang. Warum kann ich denn da hochgehen? Hm. Ein bisschen unspektakulär hier drin, oder? Vielleicht kommt man hier später noch mal hin. Vielleicht bin ich auch viel zu früher. Oh, was? Gesperrt? Wie gesperrt? Kann doch nicht für uns gesperrt sein, wenn wir jetzt hinter den Neuling. Hey. Was ist denn der Neuling? What? Das hört sich cool an. Okay, den Apfel hauen. Telefon hauen. What? 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 CBB-Punktetabelle und Edgars Kleber. Da kann man nicht reingucken. Was ist hier mit? Hier auch nicht. Kann nicht sein. Ich muss ja jemanden übersehen haben, oder? Moment, was konnten wir nochmal machen? Wir konnten Knaller werfen und wir können Fürze werfen. Zumindest bis jetzt. Können wir da einen Knaller reinwerfen? Können wir da einen Fürze reinwerfen? Das macht alles nichts. Gut. Das ist ein bisschen unspektakulär. Wir gehen mal wieder runter. Ich muss ja mal gucken, vielleicht ist man... Hat dir deine Mama das angezogen? Jemand sollte mal ein ernstes Wort mit ihr reden. Ja. Mit deiner auch. Guck dich mal an. Diese Ohrringe. Ne, ne, ne. Das geht doch nicht. Ähm, Selfie. Noch eins? Warum nicht? Wie, noch eins? Sie hatten schon eins? Ja, nö. So viel wollen wir jetzt aber auch nicht. Wollen wir ja nicht übertreiben. Du bist mit Wendy befreundet? Dabei ist sie so ein kluges Mädchen. Was ist denn dabei? Du bist ihre Mutter? Dabei ist sie so ein kluges Mädchen. Ja. La, 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 la. Oh, Blumen. Blumen. Türen. Ähm, was ich noch sagen wollte. Verdammt. Kommt gleich. Moment. Moment. Wieso reagierst du da nicht drauf? Ich sollte mal deine Eltern anrufen. Mach das. Gott, wie obszön. Ja, kannst du denen ja dann sagen. Schäm dich. Nö. Gott, wie obszön. Weil es eigentlich, wenn ich dich in dem Knallerbewerfer, hätte ich mal irgendwie Bock zu. Das war sehr fliegelhaft. Ja, das ist richtig. Tschüss. Okay. Ähm, wir müssen hier lang. Wir gehen einfach mal hier lang. Ja, guck mal, dass wir dann langsam die Hauptmissionen durchbekommen. Wir werden bestimmt über jeden Fall in den... Viel Spaß mit dem scheiß Karma. Ja, ich weiß. Mag mich sowieso nicht. Die Mobile. Oder gibt es mal die Mobile? Hallo? Können wir... Ähm. 5G-Network. 30 Dollar. Was? Was? Pro... 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 Mit dem... Bitte... Bitte was? Unbegrenzter HD-Sound. Video-Voicemail. Mhm. Damit liegt dir die Welt zu Füßen. Mach kein Mist. Willst du mir nichts verkaufen? Hallo? Ähm... Oh oh. Du scheinst mit deinem aktuellen Handyvertrag unzufrieden zu sein. Interesse an einem Vertrag, gegen den dein aktueller aussieht wie Hundescheiße? Oh ja, bitte. Ich hätte gerne ein... Ein... Überteuertes... Smartphone. Unbegrenzter HD-Sound. Video-Voicemail. Damit liegt dir die Welt zu Füßen. Ähm... Sind die Smartphones hier gut... Äh... Festgemacht? Ich... Ich... Frag mal. Ich bin von Stiftung Warentest. Ich muss gucken, ob die Dinger runterfallen könnten. Weil... Wenn ihr mal irgendwie... Weiß ich nicht... Ein Kind ankommt und stößt der Ausfall hingegen. Nicht, dass die runterfallen. Das wollen wir nicht riskieren. Die Dinger sind bestimmt nicht billig. Und falls die mal irgendwann runterfallen sollten und die Versicherung sagt, nö, zahlen wir nicht. Warum fallen die denn hier unter? Okay, ich habe gerade ein Problem. Ähm... Ein Moment geht sofort weiter. Mist. Ja, und dann bin ich auch wieder zurück. Ähm... Ich hatte gerade zwischendurch ein paar Aussätze. Ich hatte mit meinem Controller. Das Problem war irgendwie der Akku war leer. Ich habe da nicht drauf geachtet und habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Ich habe da irgendwie meinen Spielstürz ab oder so oder spät irgendwie ab und ich kann nichts mehr drücken. Nee, der Akku war leer gewesen vom Controller und ich musste eben ganz kurz am Ladekabel anschließen. Mehr sind nicht gewesen. Deswegen ganz kurz Unterbrechung. Die wollte halt... Die wollte halt das Video jetzt hier nicht einfach weiterlaufen lassen. Deswegen... So. Können wir weitermachen. Mhm. Du wirkst unzufrieden mit deinem aktuellen Handyvertrag. Mehr. Ich? Ja, du hast recht. Woher weißt du das denn? Hallo. Möchtest du einen neuen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen pro Monat? 5 GB Datenvolumen? Ist jetzt nicht die Welt, aber wie teuer denn? Man sind das Mäuse von Logikirchen? Und da oben drüber iPids? Und unten irgendwelche Boots-Kopfhörer? Ja, ist doch bestimmt anders hier. Wie kann ich dich von unserem Freundes- und Familientarif überzeugen? Ich glaube gar nicht. Möchtest du einen neuen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen pro Monat? Möchtest du vielleicht einen neuen Satz, den du mir unterjubeln kannst? Wie kann ich dich von unserem Freundes- und Familientarif überzeugen? Wenn ich dich jetzt nochmal frage, erzählst du mir was von 5 GB im Monat? Möchtest du einen neuen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen pro Monat? Hey! Weißt du, was ich hab? Guck mal. Warte, mit 5 GB Datenvolumen pro Monat? Was denn? Wie war? Boah, weiß ich nicht. Hast du ein bisschen Bohnen? Ich mag Bohnen so gerne. Raten Sie mal, was ich gestern gegessen hab. Na, nah dran. Nee. Also sag mal! Nee, das sollst du mir ja sagen. Uncool! Na, geht so, ne? Mach das draußen! Warum? Du hast mich nicht eingeladen. Also sag mal! Oh, die geh ja schon. Die ganzen Smartphones wacken hier. Das wäre eine Katastrophe, wenn die runterfallen würden. Oh, ich kann ein Selfie mit dem machen. Der guckt aber nicht so begeistert. Ich glaube, der will kein Selfie. Ich glaube, ich muss einen Vertrag mit dem abschließen. Guck mal. Knaller. Mö. Ich weiß, wen ich noch nicht gehauen hab. Dich! Moment. Dich! Ist das netter? Ja, und jemand beschwert großartig. Hallo? Hallo, ich komm mal hier... Ähm, ich komm mal wieder nach vorne. Geht's hier weiter? Nein. Hallo? Guck mal. Ein bisschen. Ja, wunderbar. Was ist denn das? Schallfäkalisator. Bitte was? Schallfäkalisator. 4 Dollar. Wie viel haben wir? 12. Rückstoß. Kombo-Schaden. Kombo-Schaden-Ultimativ-Kraft-Erholung. 35. Machtänderung plus 20. Gerät zur Infraschall-Kriegsführung. Gerät zur Infraschall-Kriegsführung. Entwickelt von Toolshades-Vater? Warte. Verbessert die Fähigkeiten im Kampf, indem es Töne in zynisch aufgeladenes braunes Rauschen verwandelt. Bitte was? 4 Dollar. Wir haben 20. Jetzt sind 20, wir haben 12, meine ich. Ein Artefakt. Komm, wir kaufen es mal. Mal gucken, ob er es macht. Ich setz dich auf unsere Mailing-Liste. Das ist voll nett von dir. Wann haben wir denn da? Boom-Box-Anzug. Okay. Boom-Box-Handschuhe. Boom-Box-Kopf. Bedeckung. Könnten, wir könnten uns eigentlich mal neue Sachen holen für 3 Dollar. Oder? Sollen wir uns mal für 3 Dollar neue Sachen holen? Komm, machen wir mal. Das sind Rezepte. Ich setz dich auf unsere Mailing-Liste. Alles klar. So, Handy-Ladegerät. Für 50 Cent ein Handy-Ladegerät. Das ist günstig. Das ist wirklich günstig. 30 Dollar. Wett. Die Mobile-Angebote Missionsgegenstand. 30 Dollar. Ähm. What? Kann ich hier was verkaufen? Wie zum Beispiel... Was hab ich denn dabei? Amageddon-Blatt. Wett? Ähm... Was? Schau bald wieder rein! Ja, natürlich. Ähm, apropos... Guck mal. Oh, liebend, gerne. Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Bitte was? Ich hätte gerne den... Ähm... Ich mach'n Selfie mit dir Tarif. Moment. Ich hätte gerne einen... Ich mach' mit dir einen Selfie-Tarif. Oh, liebend, gerne. Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Moment. Ich entscheide mich für einen. Ähm, was hältst du von dem hier? Hey! Findest du das lustig? Oder den hier. Muss das jetzt sein? Ja. Oh je. Oh je. Kann man wohl nichts machen. Muss das jetzt sein? Wenn wir noch Selfie machen, dann geh' ich. Oh je. Oh je. Hey! Findest du das lustig? Hey! Hast du mal einen anderen Satz? Hey! Findest du das lustig? Ich hau' dir noch gar nicht. Ich hau' dir in die Theke. Soll' den musst du anstellen. Tschüss. Okay. Ich wollte mich noch verabschieden. Hey, ich wünsche Ihnen noch ein wunderschön... Wunderschön und cool? Selber. Banausen. Jo. Wo waren wir noch nicht? Hallo? Was ist denn da oben? Das kenne ich doch. Auf fünf Meter. Ähm, das ist garantiert irgendwas, was man abwerfen kann. Wo man einen tollen Furz gegenwerfen kann. Wo man einfach nichts mitmachen kann momentan. Wer will ich da rein? Ich weiß es noch nicht. Wo sind wir überhaupt gerade? Hier machen wir nochmal die Karte auf. So. Oh, wir sind beim Moskito. Postoffice. Ich würde gerne noch beim Postoffice reingehen. Moment, wir kriegen wir ja Geld. Fünf Cent. Geil. Moment, da steht noch eine Frau... Oh, da kommen noch ein paar Frau Häuser. Geh' nochmal hier rein und dann geh' mal nebenan die Gasse rein. Hallo? Ganz nur stabil. Was haben wir hier drin? Postmitarbeiter, Abschiedsbrief, Rasiermesser, Scharfer, was? Da steht immer so viel, da geht immer so schnell weg. Oh, Briefe. Oh, äh, noch mehr. Und Umschläge. Da ist die Interessante drin. So, was haben wir denn hier drin? Gucken wir erstmal in die Postfächer rein. Was? Super Abenteuer Club Newsletter. Alles klar. Hasenclub für Herren Willkommenspark... Alles klar. Postkarte aus Kanada. Cool, gehen wir eink. Wie gesperrt. Sag mal, Junge, das Ding ist hier zu. Hallo? Hallo? Ähm, entschuldigen Sie? Man trifft skurrile Gestalten drei Kilometer über dem Meeresspiegel. Ja. Deswegen bin ich hierher gekommen und ich wollte sie unbedingt... Sehen, was ist das denn? Warum läuft das? Was ist denn das? Erinnerst du Schneckenpost? Ja, ich erinnere. Ja, ich erinnere. Richtige Briefe. Und erinnerst du auch noch Schreibschrift? Klar, ich erinnere. Was? Ich erinnere Schreibschrift... Was? Ich erinnere. Oh, erinnerst du? Ich erinnere. Ich bin ein bisschen überfragt. Ist das irgendein Easter Egg oder irgendwas Lustiges aus der Serie? Bestimmt, ne? Ich kenn's nicht. Oh, erinnerst du? Ja, ja, ich erinnere. Erinnerst du auch? Ich hab keine Ahnung, was tut der Witz nicht. Tut mir sorry. Ich geh mir weg in das Museum. Ich erinnere. Mich nicht daran, dass ich es jemals schon gehört habe. Hallo? Bekommt ihr die Höhenluft nicht? Soll ich dir einen Therapeuten organisieren? Spielt es so darauf an, dass ich so klein bin? Unter uns. Bei den Bullen hier habe ich ein ungutes Gefühl. Bei welchen Bullen? Hier ist niemand. Früher musste man seine Katze nachts noch nicht wegschließen. Wo schließt du die hin? Im Kühlschrank oder was? Neuer Tag, neuer Kater. Wieso kriegst du jeden Tag eine neue Katze? Man trifft skurrile Gestalten drei Kilometer über dem Meeresspiegel. Können wir uns mal vernünftig unterhalten? Hast du eine Ahnung, warum die ganzen Katzen verschwinden? Weil du die vielleicht wegsteckst? Früher musste man seine Katze nachts noch nicht wegschließen. Rat mal, wo die jetzt sind. Haben wir in letzter Zeit nicht Glück mit dem Wetter? Kommt drauf an. Ich wünsche dir viel Glück. Danke, wünsche ich dir auch. Unter uns. Bei den Bullen hier habe ich ein ungutes Gefühl. Ich sehe ja noch keine Bullen. Hast du eine Ahnung, warum die ganzen Katzen verschwinden? Hast du eine Ahnung, warum ich so eine Belehung habe? Weißt du ein Arzt von deinem kleinen Problem? Von deinem kleinen Problem? Rat mal, was da gleich kommt. Oh, ne. Och, ne. Mein lieber Schwarz. Oh, ja. Lieber Herr Gesangsvereinigung. Wow. Ist da was Braunes mit rausgekommen? Ein bisschen. Hast du je über einen Abgasfilter nachgedacht? Einen? So einen starken gibt es gar nicht, den ich benutzen müsste. Schöner Superheld. Ja, ich weiß. Dankeschön. Gesundheit. Ja, danke. Oh, ja. Das ist Sumpfgas. Eins ab. Der hat viele Sätze drauf. Och, nö. Der wird holt sich überhaupt nicht. Ist da was Braunes mit rausgekommen? Ja, immer. Hallo. Du fängst dir gleich eine. Ja, da muss man herkommen. Komm, komm her. Komm her. Hoppala. Vorsicht. Ja, ich passe schon auf. Was ist hier jetzt? Hoppala. Vorsicht. Och, Mensch. Hier ist ja voll stimmend langweilig drin. Ich geh da mal, ne. Warte, ich hab doch gerade hier Sachen. Gut, kann ich mir jetzt an die umziehen? Crafting. Äh, Kostüme. Wieso, was brauche ich denn dafür? Gar nichts. Kann ich so herstellen. Ah, nein. Dafür brauche ich die. Ah, dafür brauche ich die Rollen. Und die hab ich ja alle. Gut, hier. Easy. Easy. Die komischen Leinstoffrollen. Oder wie die Dinger heißen. Die hab ich hier. Ähm. Ich verrate, was wir überlegen. Und zwar. Kostüme. Ne, wo war das denn? Charakterbuch? Wo kann ich mich nochmal umziehen? Karte. Inventar bestimmt, ne? Ja, das war bestimmt nur Inventar. Ja, hab ich schon unter Einstellung. Gal, äh. Anpassung? Nein, was? Landschaften. Selfies. Fast voll. Crafting. Artefakt. Kostüm. Ja, ich soll drauf. Kostüm kleben. Ja, ist ja gut. So, warte, wie sieht's hiermit aus? Ähm, jetzt drauf zugreifen. Ja, mhm. Äh, wir ziehen mal hier unser neues Kostüm an. Kleidung. Wot haben wir sonst noch hier? Was ist denn das? Nein, wir ziehen natürlich das an. Und Hände. Das. So, haben wir irgendwie was Neues bekommen? Neue Brille oder so? Nicht wirklich, ne? Haare. Unsere Haare kann man momentan so nicht sehen. Beate, haben wir einen neuen Bart bekommen? Nein. Nein. Ähm, ja, es kommt am nächsten dran. Nein. Nein. Nee. Schade. Basis Make-up? Nee. Akzente? Nee. Der sieht ein bisschen komisch aus. Ich lass den erstmal so. Yay. Kostüm-Sammler. 48. 30 XP. Geil. Dann würde ich mal sagen, ähm. Ich geh da mal. Okay, da kann ich nicht durchgehen. Kann ich da umgehen? Puh. Das kann ich nochmal. Also bestimmt Speed geben, oder? Komm her. Dreh dich. Dreh dich. Dreh. Danke. Das bringt nichts. Wie sieht es da oben aus? Wie sieht es damit aus? Da kam was Cooles raus. Komm ich da irgendwie dran? Ich glaube, ich brauche dafür Telekinese oder so. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Gut. Wir gehen mal hier rein. Mhm. Mhm. Warte mal hier. Drogenflaschen. Wichtiger Gegenstand. Nö, ist klar. Kinder. Kinder, wenn er ein Drogenflaschen findet. Denk dran. Wichtiger Gegenstand. Promoters Needed. Der kommt mir so bekannt vor der Comedian. Schnitzeljagd. Wichtiger Gegenstand. Wichtiger Gegenstand. Wichtiger Gegenstand. Wichtiger Gegenstand. Wo haben wir was? Wir haben ja was bekommen. Sprich mit Mr. Adams in der Polizeiwoche. Oh. Wo ist denn die Polizeiwoche? Ähm. Mission of Karte anzeigen. Ach. Direkt um die Ecke. Mhm. Alles klar. Gucken wir vielleicht gleich mal. Wir machen mal ganz kurz die Hauptmission. Makaroni und Tiefkühlpackung mit Mystery Meat. Desto mehr ich mit Mystery Meat sehe und Tiefkühlpackung kriege ich Hunger, ey. Ja, dann würde ich mal sagen, go. Wett? Wett? Wett dir mit ihr auch gemacht? Mautzi! Wir gehen zum Mautzi. Mautzi! Ich komme nicht zum Mautzi. Mautzi! Mautzi. Ich komme jetzt zu dir. Moment. Ich kann nicht. Ich darf nicht springen. Zorba darf niemand... Hallo? Willst du ein Selfie machen? Hallo? Ja, guck mal. Riech mal. Oh. Möchtest du denn? Riech doch mal. Möchtest du ein Selfie machen? Hallo? Selfie? Hallo? 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 Selfie? Hey. Einen Kommentar für die Schüssel. Freut mich auch, dich zu sehen. Ja, mich auch. Wir zwei wären ein super Paar. Mensch, findest du auch? Hey! Kannst du dich schon mal dran gewöhnen? Ich weiß, wo du wohnst. Weißt du gar nicht. Aber wenn, dann kannst du mal vorbeikommen. Ähm. Ähm. Was? Ich bin in den Sauspark, wie gesagt. Dann... Darf man doch mal. Wett? Mautzi? 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 Komm da raus. Ich pupse dich raus. Mautzi? Was ist Mautzi hin? Kreissägensägeblatt-Titanschraube-Schrott. Okay. Geht's hinten immer weiter? Nee. Geht's da weiter? Nee. Hallo? Entschuldigen Sie, nicht so schnell. Möchten Sie ein Selfie machen? Hey. Hey. Aber nicht. Was denn? Ist denn irgendwie mal so ein... so ein kleiner Pups und so? Ja, Mensch, ne? Da werden Leute stolz drauf. So, was haben wir hier? Ähm. Könnte ich jemanden machen? Kann ich da oben was gegen? Ein Knaller. Der ist ein Knaller. Da geht da irgendwie nichts. Entschuldigung. Wollte ich jetzt mit dem Mikrofon pusten. Hallo? Am Ende denkt noch jemand, ich war das. Ja, wer denn sonst? Meinen Sie der kleine Kind hier unten? Geht, geht. Hast du Gluten zu dir genommen? Dagegen bin ich allergisch, du Arsch. Du bist allergisch gegen das Gluten, was ich aus... Alles klar, Moment. Da hat wohl jemand Trompetenkäfer geschluckt. Ich finde das so gut, dass jeder noch andere Sprüche drauf hat. Das ist so gut einfach. Deswegen muss man es einfach nutzen. Komm, sag doch was. Tschüss. Sag doch was. Ja, das ist gemeine, Leute. Das ist ja... Hallo. Wir kommen aufs Klo. Oh, stimmt. Oh, da ist ein Viererklo. Ich hab gar nicht dran gedacht, dass es das alles so weit gibt. So. Wir fokussieren die Kraft. Gleich. Drehen, 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 drehen. Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus. Alter. Nicht übel. Ich kann da den Null hin. Super. L-T, L-T und Wackel. Ist okay. Coole Moves. Warte. L-T, Y und... Ich hab nur zwei Sterne bekommen. Das ist ja richtig lame. Bräune, braune Höllchen. Geil. Wir machen nochmal. Das müssen wir nochmal vernünftig hinbekommen. Geht ja gar nicht, ja. So. Und... Party. Das heißt doch langsam... ...drehen, ne? Da heißt doch hier in so einem Schub immer... Wuh, wuh, wuh. So, das heißt nach oben, Y und... ...wuh, wuh, wuh. Wuh, 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 wuh. Wuh, 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 wuh. Nicht übel. Immer noch, immer noch zwei. Watt, 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 watt. Verdammt. Ich hab's nicht hinbekommen. Na, klasse. Wieder nur zwei Sterne. Okay, das ist echt hart. Das ist echt nicht einfach. Das rechne ich für jemanden, der nicht wirklich oft einen Controller benutzt. Der nicht immer 100%ig weiß, wo alle Tasten sind. Brauner Rosenstrauß, was? Komme ich da rein? Wieso hat er eine andere... Wieso hat er eine andere Abfalleimer vorgestellt? Was soll mir dat denn bringen? Das hilft doch nix. Hilft mir nicht, Jun. Mach die Abfalleimer weg. Und jetzt bekommen... ...sicheres Internetspende. iPads für Kinder. Was? Was? Können wir den Schnee kaputt hauen? Hier muss doch irgendwas gehen. Wo sind wir? Wir sind in der Nähe vom Moskito. Waren wir nicht von schon mal näher drin? Hm. Hallo? Was sagen sie sonst noch? Am Ende denkt noch jemand, ich war das. Sind sie in die Karte schon mal vorbeigekommen? Immer sachte. Ey, das sagst du aber sonst auch nicht zu mir. Hey. Hey. Ähm, was? Kupferrohr. Ich hoffe, da wird ja niemand ernst, der das irgendwie sieht oder so. Das ist wirklich einfach nur Spaß. Moment, da oben ist was. Da oben ist ja was. Die laufen jetzt aber ein bisschen weiter. Moment. Dann hat man jetzt genau, genau gebraucht. Was? Nix. Da ist ein Leiter. Ich kann mir der Leiter nichts machen. Ach, come on. Wie gesagt, dann bitte keine Ernst nehmen oder so, um Gottes Willen. Guckt euch die anderen Displays vor mir an, da wisst ihr, da hat das normalerweise nicht so richtig. So. Ich sauerst parken. Ich sauerst parken. Und da, da oben ist ja noch nicht. Ich sauerst parken. Okay. Da oben ist ja noch immerhört.